Ein Fisch klaut die Kreditkarte seines Besitzers und geht damit shoppen. Auf Steam startet heute der große Aufbauspiele-Sale und Monster Hunter Rise ist ab sofort auch auf der Playstation und Xbox spielbar. Das und mehr gibt's jetzt in den News. Diese Ausgabe der GameStar News wird euch frisch präsentiert von TikTak. Wir bedanken uns bei unserem Partner für die freundliche Unterstützung und jetzt geht's weiter mit den News des Tages. Dass Kinder die Kreditkarten ihrer Eltern klauen und davon online Videospiele und mehr kaufen, das haben wir ja jetzt schon häufiger mitbekommen. Aber dass ein Haustier, ausgerechnet ein Fisch, sowas tun würde, damit hat wohl niemand gerechnet. Aber genau das ist dem YouTuber Mutti Kimaru passiert. Seine Fische haben im Nintendo E-Store virtuelles Guthaben gekauft. Tatsächlich liegt es aber nicht daran, dass seine Fische weniger vertrauenswürdig sind als andere, sondern einem etwas schiefgegangenen Experiment. Eigentlich sollen seine Haustiermchen nämlich gerade das aktuelle Pokémon auf der Switch durchspielen, klingt blöd, ist aber so und tatsächlich nicht sein erstes Rodeo. Bereits 2020 haben sie erfolgreich Pokémon Saphir beendet. Die Fische steuern das Spiel über die Webcam mit Hilfe eines Rasters. Und beim letzten Mal hat es auch nur knapp 3200 Stunden gedauert. Dieses Mal ist das Spiel aber nach etwa 1150 Stunden abgestürzt. Der YouTuber hat das aber erstmal gar nicht mitbekommen, die Fische sind aber natürlich weiter fröhlich herumgeschwommen und haben den Nintendo E-Store angesteuert. Nicht nur kauften sie mit der Kreditkarte ihres Besitzers Guthaben, sie haben außerdem seinen Nutzernamen von Mutti Kimaru in ro-wa-wa-wa-wa-wa-yen geändert. Der Chat im Livestream hat's gefeiert, Mutti Kimaru hat es aber tatsächlich erst sieben Stunden später mitbekommen. Zum Glück haben die Fische keinen teuren Geschmack, er hat lediglich 500 Yen gekauft, umgerechnet 3,50 Euro, die sich der Besitzer problemlos zurückerstatten lassen konnte. Aufbauspiele-Fans aufgepasst, auf Steam startet heute nämlich das Steam Base Builder Fest und da sind jede Menge Aufbaustrategiespiele im Angebot. Ab heute Abend 19 Uhr könnt ihr bis einschließlich 30. Januar jede Menge Aufbaustrategiespiele zum kleinen Preis bekommen. Welche genau das sein werden, das erfahren wir natürlich erst heute Abend im Detail, einen ersten Überblick bekommen wir aber schon aus dem Trailer, den Valve zum Winter Sale veröffentlicht hatte. Demnach sind unter anderem Banished, Astroneer, Dwarf Fortress, Timberborn, Frostpunk, Subnautica, Northgard, Planet Zoo und They're Billions mit dabei. Auf GameStar.de haben wir übrigens jede Menge hilfreicher Sachen zu den verschiedenen Spielen für euch, zum Beispiel Tests, Early Access Checks, Testvideos und Guides. Ich verlinke euch da gerne den Artikel mit allen Links in der Videobeschreibung. Dass die Server wie schon gelegentlich unter dem Ansturm in die Knie gehen, ist eher unwahrscheinlich, habe ich mir sagen lassen, immerhin sei das Ganze kein gigantischer saisonaler Sale. Kann ich jetzt persönlich zwar überhaupt nicht nachvollziehen, aber gut für uns, würde ich sagen. Ein Jahr nach dem Release auf dem PC und etwa eineinhalb Jahre nachdem das Spiel auf dem Nintendo Switch erschienen ist, ist Monster Hunter Rise jetzt auch auf der PlayStation 4 und 5, auf der Xbox One und Series sowie im Game Pass verfügbar. Auf den neuen Konsolen ist das ganze Spektakel in 4K bei 60 FPS zu bestaunen und bietet außerdem 3D-Audio. Fern- und Schildkampfwaffen unterstützen auf der PS5 auch die Adaptive DualSense Trigger. Die große kostenpflichtige Erweiterung Sunbreak soll dann im Frühjahr dieses Jahres folgen. Wer nun aber hofft, seinen Spielstand vom PC oder der Nintendo Switch übertragen zu können, den muss ich leider enttäuschen. Wie bereits zwischen den beiden anderen Plattformen gibt es auch jetzt kein Cross-Save, kein Cross-Play und keine Möglichkeit, bereits erspielte Fortschritte auf einer anderen Plattform weiter zu spielen. Nach Microsoft hat nun ein weiterer Tech-Gigant im großen Stil Stellen gestrichen. Auch bei Google bzw. Googles Mutterkonzern Alphabet müssen über 12.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gehen. Und wie schon bei Microsoft war die Information über diese Stellenstreichungen alles andere als human. Während die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bei Microsoft mit ihren Schlüsselbadges ausprobieren durften, ob sie noch einen Job haben oder nicht, konnten sich die Angestellten von Google wohl über Nacht nicht mehr in ihre E-Mail-Accounts einloggen. In der E-Mail an die Angestellten und im öffentlichen Blogbeitrag schreibt Alphabet-Chef Sundar Pichai, er sei eine schwierige Entscheidung gewesen, Schuld sei das dramatische Wachstum der vergangenen zwei Jahre. In dieser Zeit habe man viele Leute eingestellt, was sich aber nicht mehr in der wirtschaftlichen Realität von heute abbilde. Betroffen sind Angestellte in allen Bereichen Funktionen, Ebenen und Regionen. 12.000 Stellen entsprechen rund 6 Prozent der weltweiten Belegschaft. Als Michi euch letzte Woche darüber berichtete, dass bei Microsoft Stellen gestrichen wurden, erwähnte er, dass dies auch unter anderem das Entwicklungsstudio hinter Halo 343 Industries betraf. Kurz darauf haben sich Gerüchte ausgebreitet, die die Zukunft der beliebten Shooter-Serie betrafen. Unter anderem wurde gemunkelt, dass die Marke aufgegeben werden müsse. Diesen Gerüchten machte Studio-Chef Pierre Hinze nun kurzerhand mit einem Twitter-Post ein Ende. 343 Industries wird jetzt und in Zukunft weiterhin Halo entwickeln, mitsamt epischer Geschichten, Multiplayer und mehr von dem, was Halo großartig macht. Marvel's Avengers wird eingestellt. Im September ist Schluss, dann wird das Spiel keine weiteren Inhalts-Updates mehr erhalten und nicht mehr aktiv unterstützt und es wird auch nicht mehr verkauft werden. Wer das Spiel bereits besitzt, kann weiterspielen, auch im Multiplayer, aber Neues wird es nicht mehr geben. Im März gibt es das letzte Balancing-Update, da wird dann auch der In-Game-Shop für Cosmetics geschlossen. Verbleibende Credits werden im Spiel in Ressourcen umgewandelt. Alle im Spiel verfügbaren Cosmetics sind dann für alle Spielerinnen und Spieler kostenlos verfügbar. Square Enix zeigte sich seit Launch im Sommer 2020 enttäuscht davon, wie das Spiel bei der Community und Fachpresse angekommen ist. In zweieinhalb Jahren konnte das Spiel nun, was Reichweite und Performance angeht, den Erwartungen des Studios nicht gerecht werden. Man will sich Mühe geben, das Spiel so anzupassen, dass es ohne großartigen Support noch lange weiterhin spielbar sein wird. Und das war's wieder mit den News für heute. Ich hoffe, ihr fühlt euch wie immer hervorragend unterhalten und ein bisschen informiert. Oder andersrum. Wenn dem so ist und ihr mehr von uns sehen wollt, dann gebt dem Video einen Like, schreibt einen netten Kommentar und abonniert den Kanal. Damit ihr nichts mehr verpasst, bietet es sich außerdem an, die Glocke zu aktivieren. Hier geht's weiter mit unserer Preview zu Atomic Hearts und hier haben wir die größten Grafikkracher 2023 für euch zusammen gesammelt. Wir sehen uns morgen wieder mit den News, bis dahin wünsche ich euch ganz viel Spaß und guten Loot!